Wohin spielt der? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich freue mich so auf sein Bayern-Trikot. Ich freue mich da so drauf. Ich war kurz davor, mir ein Sané-Trikot zu bestellen. Aber ich glaube, ich hätte lieber eins mit Davis hinten drauf oder Goretzka. Erschreck dich nicht, du Pico-Sternchen. Junge in FIFA. Ich bin auf der Mitte. Erschreck dich nicht, du Pico-Sternchen. Ich bin auf der Mitte. Ich glaube, ich bin auf der Mitte. Ja, ich bin auf der Mitte. Aber Jungs, wie viel trauen hast du 19? Hast du... Drück, 3, 2, 1... Billy! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh... Ich bin Gold, ich bin Gold, Junge, du hast mich die ganze Zeit verhaftet. Billy! Jawohl. Was? Oh mein Gott! Komm, lass den Ball aufbauen. Oder auch nicht. Doch, wollte ich schon sagen. Guck mal, wie ich einfach schon auf Ao ganz zu ihm spiele. Nein! 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 Nein, jetzt kein Gegentor. Oh, Torwart noch gut gemoved. Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Ikone? 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 Frankreich? Dresge, nicht Dresge, nicht Dresge, nicht Dresge, nicht Dresge. Egal, Ikona! Ori! Okay, guter Pass. Arig. Digga, was soll das denn? Was soll das denn, Leute? Und hier? Nee! Ja! Essen! Ich schaff in die Hand welchen Schmerzen... Nee! Alles klar, Junge! WTF?! Das dritte Mal! Das vierte Mal?! Das fünfte Mal?! Was ist das denn?! Ähm... Musso, oder? Musso! Musso, oder? Digga, was ist denn das?! Noch nie gesehen! Was ist das denn?! Oh mein Gott! Das wird immer mehr! Das ist gerade extrem krass! Ah! Ja, meine Bank ist gut, ne? Was sagt ihr dazu? Dann dachte ich ja, zieh mal Polian auf entspannt! Puh! 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 Ey, bitte clip das mal, ja? Bitte, clip das mal, bitte, ja? Was ist das denn, Alter? Ich hab 100 Torchancen! Puh! 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 Häuser! Ah Figo! Das war Prime Moment, oder? Hat der gerade Prime Moment Figo diskartet? Nein! Ja, nein! Nein! Was? Oh, ich hab noch Ball! Was? Da stand nicht mal ein Torwart im Tor! Klipp! Loll, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Was sonst? Junge, what the fuck, Alter! Gottes Vorlage! Huuuhuhui! Ausrufezeichen Eckball, dann kommt ihr zu dem Eckball-Tutorial. 1 zu 1, so wie ich es gerade gemacht habe. Sauer wie Sour Cream & Onion! Einfach zugucken! Es ist so anstrengend! Und... Ich mach gleich das Figo aus, Alter! Mh! Bitte so! Guck mal, wie soll ich jetzt hier durchkommen, Digger? Maaaaann! So nicht! So nicht, Digger, so komm ich da nicht durch! Soll ich jetzt auch so sagen, hallo FIFA Deutschland. Ja, man musste schon eine gute investieren, deswegen hoffen wir, also ich will eine Orge haben, allein für Club-WM, ich habe Bock Club-WM zu zocken und 2 gegen 2 dann auch, oder die Quali zu packen und dann auch die Band. Das ist jetzt gar nicht gerne, ich glaube es geht als Niederlage. Weißt du, also die Summer-Heat-Karten, die sind halt so günstig, dass jeder, die ja alles davon hat, ist so nervig. Was? Digga, willst mich ficken? Ach man, letztes Wochenende ging es mir so gut, als ich mal ein Wochenende keine Weekend League gespielt habe. Und da so komische Haare, so scheiße. Holland? Was bist du für ein Mensch, Mann? Das ist ja nicht nur safe, ohne Scheiße. Ja, was darf ich? Es klingt wie Iniesta. Ronaldo? Hä? Es klingt wie Iniesta. Holet? Ich bin so blöd. Keine Ahnung. Es klingt so wie... Ja, okay, was soll ich jetzt sagen? Nesta. Hör auf. Hör auf. Was für ein Schmutz. Also das ist so schlecht. Es klingt wie Iniesta. Ronaldo. Hör auf. Aber ist gemein.